So, was haben wir hier? Wir haben hier ein verweichlichtes Amazon-Paket. Also, ich meine... Nee, ist es gar nicht. Es ist relativ trocken geblieben. Ich find's voll gut, dass sie mir das einfach vor der Tür abstellen. Ich hab nämlich keinen Bock, das irgendwo abholen zu gehen. Und es ist bestimmt auch nichts mit passiert. Hallo, Katzi. Ich war arbeiten. So lange, weil ich was zu tun hatte. Ganz viel zu tun hatte. Ja, wirklich. Es tut mir leid. Hast du geschlafen? Bist du noch ein müdes Kätzchen? Oder was ist los? Nichts? Ja, ja. Ich seh, dass du ein müdes Kätzchen bist. Ich weiß ganz genau, du hast geschlafen. Du bist gerade erst aufgewacht. So, und wir wollen natürlich auch sofort rausgehen, oder? Wer hat hier wieder sein Stück Fell verloren? Du bestimmt nicht. Ich glaub, das war einer Polly-Kätzchen. Ja, du. Steiner. Hallo, mein Kätzchen. Wird wieder Zeit, dich zu bürsten. Pfi. So. Wo ist euer Geschirr? Ach, es liegt da. Hey, Cosmo, ich hab gute Neuigkeiten für dich. Hast du gehört? Diesmal musst du kein nasses Geschirr anziehen. Es ist trocken. Freust du dich? Hm? Keine Vögelchen draußen. Kratz mal. Kratz mal hier. Cosmo. Cosmo, komm mal her. Komm mal hier hin. Hier, kratz mal hier. Doch. Sei nicht böse. Komm. Mach das mal. Dann kannst du dich ein bisschen strecken. Dann bist du auch nicht mehr so müde. Ne? Du bist ja sogar zu müde zum Spielen. Wir gehen später raus, wenn du nicht mehr so müde bist. Gatsi. Was ist denn? Hast du ein bisschen geschlafen? Ja? Dann kratz mal hier. Zeig mal, wie munter du bist. Komm mal her. Kratz mal hier. Ja, sehr gut. Ja, ganz munteres Kätzchen. Dann können wir jetzt rausgehen, ne? Ja. Okay, wo ist dein Geschirr? Ah, das liegt noch hier. Ja. Ich bin hier, mein Kätzchen. Warte. Köpfchen. Und so. Gut. Pfötchen. Genau. Wie war das jetzt noch mal? Ich glaube so. Sehr gut. Äußerst brav und geduldig. Siehst du? Du musstest nur ein bisschen mehr Mittagsschlag machen. Und hier sehen wir, okay, jetzt könnt ihr ein Screenshot machen von Cosmo, dem Prinzen, wie schön und stolz und majestätisch er hier sitzt und sogar in die Kamera schaut. Guckst du in die Kamera? Hier? Hier ist die... Nein. Okay. Und hier ist Apollo. Der Löwe. Der majestätische Löwe. So. Habt ihr alle Screenshots gemacht? Sehr gut. Dann werde ich euch jetzt rauslassen mit den Katzen. Kommt. Geht sie. Los. Nein, nein. Es regnet nicht. Keine Sorge. Ist nicht so wie gestern. Alles gut. Apolli, willst du auch? Du brauchst wirklich viel zu lange, um nachzudenken. Ich sag doch. Guckt euch mal seine Hosen an. Ne. Sieht man jetzt nicht. Aber normalerweise sieht man das, dass er so Pantaloons anhat. Mist, hat man jetzt nicht gesehen. Ist das ein kleines Schweinchen? Macht es hier schweinische Sachen? Ja, ja. Hab ich mir doch gedacht. Wo ist das andere? Oh, oh. Er ist doch schon kurz davor, hier abzuhauen. Katzi. Katzi. Ich sehe ganz genau, was du vorhast. Oder was hast du vor? Was hast du hier gerettet? Hier ist doch nichts. Nur ein bisschen nass. Vom Regen wahrscheinlich noch. Apolli. Komm. Komm hierhin. Kss, kss, kss. Na komm. Katzi. Katzi. Apolli. Ich seh dich. Ja, so kriegt man dich immer, ne? Was ist denn, mein Kätzchen, hm? Wird schlechter sich denn jetzt so ran? Na, Pussi, ich würde aufpassen, der schleicht sich an dich ran. Oh oh, jetzt würde ich angreifen. Los, Angriff! Jetzt ist er schon bei dir, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Pssst! Katzi! Ah, Pussi, warte! Haha, jetzt bist du gefangen! Hey! Katzi! Komm her! Und du hättest auch durchschlüpfen können. Wollen wir dir dein Geschirr ausziehen? So, Pferdchen? Gut. Katzi! Katzi, geh nicht weg! Hat da schon wieder jemand die Spülung betätigt? Katzi, komm zurück! Glück! Ich dachte, wir kuscheln jetzt auf der Couch. Manu! Hallo! Du bist doch jetzt hier. Komm, leg dich hin, wir kuscheln ein bisschen. Nein! Nein! Nicht weggehen! Katzi! Leg dich hier hin! Komm, wir gucken ein bisschen komisches Fernsehen. Papi zieht sich da irgend so ne Doku rein. Leg dich einfach hin. Leg das hier weg. Dann kannst du dich hinlegen. Genau. Hier. Braves Kitzchen. Sehr gut. Katzi ist. 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 lang dauert. Los, los. Wieso überlegt ihr eigentlich so lange? Ja, du vor allem. Du müsstest eigentlich direkt loslaufen. Ja, musst du. Was habt ihr denn da? Was ist denn hier? Hat da vielleicht ein anderes Freigängerkätzchen markiert und hier beschnuppert ist? Wahrscheinlich ich, ne? Mach wie Cosmo. Schlaf hier. Sehr gut. Komm her. Komm. Na, komm her. Komm, leg dich in deine Ego. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Oh, boh sieh. Komm her. 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 Komm Jetzt springt er da hoch. Dickes Kätzchen. Gott, ich hoffe, ich schaff das. Komm schon, du schaffst das. Oh Gott. Oh Gott. Mensch. Katzi. Und wir kaufen uns aus dem Schlamassel raus, denn wir sind reich. Und wir sind weiß und ich bin nötig, die beste Abweis zu sein. Was hast du da, Cosmo-Tier? Hm? Was ist denn hier? Ein Steinchen? Soll ich dir das werfen? Ja? Guck. Guck, wo ich es hinwerfe. Soll ich nochmal werfen? Hä? Ja? Guck. Guck. Guck hier hin. Cosmo? Hier. Hier hin. Hier gucken. Guck. 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 Guck.